so das ist das restepimmeln muss man dazu mal sagen das große sat 1 restepimmeln pro sieben meine ich wohl eher weil das 1 wäre würde ja gar nicht passen der junge muss sich mal eben strecken der bankraub da sind die da sind die mechanischen wachen wieder die kennen wir natürlich alle noch jinder schlieblinge da war mir klar dass die hier auch wieder drin vorkommen weil das sind so ewige hass gegner in dem spiel muss ich sagen weil die brauchen halt sehr viel druck und die verteilen auch sehr viel druck na das spiel hat auch nicht viele missionen nur fünf hat das addon und dann ist das spiel durch das hauptspiel hat ja glaube ich immer so 11 12 meine ich also gut die hälfte sag ich mal hat das addon wo ich schon sagen muss das ist schon beachtlich muss ich sagen und der umfang der mission klar wenn du das jetzt so wie ich machst hier durch rennen zu stumpf ist rumpf dann ist klar dass schnell durch was aber wenn du so wie sie anfangs gemacht hat mit schleichen und hat alles gucken welche wege gehen wohin dann klar dauert aber ich will ja hier kein endlos projekt raus machen da das hat ja ich bin echt mal gespannt ob uns das gelingt den outsider zu plätten ich kann mir das nicht vorstellen weil jetzt wenn wir ehrlich sind wenn wir den plätten was will dann im nächsten dishonored kommen wie wollen dann die kräfte wieder da die man da hat die als spieler gerade so außergewöhnlich macht wie wollen die dann wieder zustande kommen geht ja dann nicht mehr weil der outsider der einem die kraft ja verleiht ist ja tot vielleicht gibt er dann zweite version von dem oder so ich muss ja auch echt aufpassen weil es kann gleich echt sein dass die maschinen wieder kommen und wenn ich da nicht genug tränke habe ich seit dem gespeichere ich jetzt mal hier bevor ich hier nur noch die zachelein mache das wäre dann echt scheiße wenn ich dann hinterher irgendwie mir das hier selber alles verbaut habe zum atrium ich sollte von hier aus ein paar türen öffnen können ich würde sagen lassen wir die türen mal auf weil das macht nicht so viel lärm wie wenn du die immer alle wenn du die alle mit dem schwert umbringst ist das irgendwie immer so laut alle fangen direkt an rumzuschreien so darauf haben wir auch keinen bock darauf haben wir auch keinen bock neben den anderen sieht und dann gleich hier auf einmal direkt wieder so eine massenpanik ausbricht dann am besten weiß ich drei vier fand ich mich mechanischen bots da kommen da wollen wir natürlich nicht ne also will ich zumindest nicht ich weiß nicht wie ihr da seht wenn ihr da zockt aber ich habe da keine lust drauf da kann ich sehr gerne darauf verzichten da kann ich sehr gerne darauf verzichten nein da ist eine tesla spule da ist eine fucking okay ich wollte eigentlich platztausch machen ganz friedlich ist er eingeschlafen also ich weiss was ich mache ich baue die um ich manipuliere die jetzt sind jetzt meine tesla spuren Zumindest die eine hier, die ist meine. Ach, die könnte ich auch hier reinstellen, ne? Die muss ich ausmachen, weil sonst ist hier gleich direkt... Ist da gleich direkt Feierabend. Die wird auch mal direkt reingeholt. Da ist nämlich meine Tesla-Spule. Jetzt werdet ihr doch gleich nämlich sehen, wie lustig das hier wird, wenn Gegner kommen. Das muss der Tresor sein. Ist eine Art komplizierter Aufzug. Vom Steuerraum aus bewegt man ihn an zwei Orte. Ich muss ihn irgendwie bewegen, wie auch immer das geht. Die Maschine hat da einen Harzer entdeckt. Da ist das Ding wieder. Aber die sehen hier anders aus, muss ich sagen. Die sehen hier echt anders aus. Da hat sich was bewegt. Jetzt komm mal her. Meine Tesla-Spule ist ja hier. Nice. Ich muss sagen, ich finde das echt nett. Und wenn die mir alle verfolgen, dann renne ich hier immer wieder hin und, äh, ja. Dann sind ja selbst die, mh, Jindosh, äh, kleinen Spielzeuge haben da keine Chance. Ich muss gucken, dass ich das hier ausschalte, weil ich da lang muss. Habe ich noch ein Kabelwerkzeug? Ah, fuck. Ich habe keine mehr. Vielleicht liegt da hier so dummerweise gerade eins parat. Na, ich denke nicht, dass hier eins liegt. Das wäre auch zu, äh, ich sag mal zu einfach. Aha. Na komm. Folge mir. Folgt mir alle. Kommt. Kommt her, meine Lieben. Kommt her. Kommt her, meine Lieben. Gebt hier für euch alle Bratmenschen. Aha. Das sind noch mehr. Nimm das. Ich komme. Ich wische mir nach. Du gehst nirgendwo hin. Ja, wie hat denn einmal die Tesla-Spule aufgeheizt? Und weiter geht's. Ja, wenn die Eimer am Drehen ist, so, dann zachelt die Gegner aber ganz schön schnell weg. Ne? Ich will ja was klauen. Irgendwas ist los. Und ich will wirklich nicht dabei sein. Oh, 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 oh. Kommt mal alle bitte her. Ja. 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 Ja, das ist mal. Oh. Okay. Okay, was war das jetzt? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Das war jetzt echt unlogisch. Da war ja mal eine Tesla-Spule. Jetzt weiß ich nicht, was mich da getroffen hat. War jetzt irgendwie, muss ich sagen, ein bisschen unlogisch. Oh, weh, der hat das jetzt nicht gespeichert, dass ich die Tesla-Spule da eingenommen habe. Ah, doch, hat er. Das muss der Tresor sein. Ist eine Art komplizierter Aufzug. Vom Steuerraum aus bewegt man ihn an zwei Orte. Ich muss ihn irgendwie bewegen. Wie auch immer das geht. Ja, komm mal bitte alle mit. Weil auf diese Scheißmaschine habe ich nämlich keinen Bock zu kämpfen. Ich kriege dich schon! Das finde ich das richtig Lustige, muss ich sagen. Ich bin hinter der Mauer, aber die schießen dann trotzdem gegen die Mauer so. Anstatt eigentlich normaler Menschenverstand sagt, ey, ich kann den da nicht treffen. Ich sehe den nicht. Ich gehe mal weiter um die Ecke. Nein, wird natürlich nicht gemacht. Natürlich wird noch so gedacht. Die Lichtwand wäre auch cool gewesen, wenn ich die noch gehabt hätte. Da wäre ich nämlich mit den anderen da durchgerannt. Aber das klappt dann leider natürlich nicht. Und ja. Pech gehabt. Hey, ich will rein. Hey, ich will rein. Stehen bleiben. Die Wachen wollen mit Ihnen reden. Kommt D-1-3-D. Wachen sofort zur Sicherheits- und Verwaltungsebene. Alarm. Eindringling gesichtet. Mh, ich hätte es nicht machen sollen, glaube ich. Die Tür ist auch blockiert, ey. Aber ich habe die Türen alle geöffnet, oder nicht? Sie haben ein Fall, jetzt ein Konto eröffnet zu befürchten. Ich weiß es nicht. Verehrte Kunden, wir versichern, Sie hätten keine Wurzweiler gewehrtet können. Was dachten Sie denn? Wir sind die sicherste Warte in Verkörner, der Kusche. Was? Das fehlt mir nicht. Ich... Ich... Weg da! Die Maschine braucht Platz! Ihr wisst nicht, was ich mache... Was ich jetzt vorhabe, das ist richtig gut, sage ich euch. Weil ich werde die jetzt alle hier hinlocken. Da habe ich nochmal Glück gehabt, ey. Ich glaube, ich darf bei der Tesla-Spule nicht in der Nähe stehen. Wenn ich da in der Nähe stehe und die geht an, dann kriege ich da irgendwie einen gezogen. Warum auch immer. Aber irgendwie kriegt man dann einen gezogen. Ey, die Tür fährt ja da oben jetzt auf, ne? Jetzt sag nicht die Tür dazu. Ja, finde ich schade, dass man die Alarm-Dinger nicht deaktivieren kann. Kannst du nur mit Kabelwerkzeug manipulieren, dass die nicht mehr funktionieren. Da ist so eine Maschine, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die irgendwie auszulösen. Wie sagt man, da war ungewollt, wie ich jetzt hier weiter vorgestoßen bin. Aber ich habe es immerhin geschafft. Aber die ist echt schwer bewacht, die Bank, muss ich sagen. Ah, ich weiß nicht, was mir schmerzt. Füße oder Nacken? Bring mich noch frühzeitig ins Grab. Ach du Scheiße. Ah, okay, war klar. Da kommen wir nicht weiter. Machen wir mal vom letzten Kontrollpunkt neu laden. Nur gucken, ob da was geht. Nee, hier kommen wir echt nicht weiter. Weil vor allem die kann da drin stehen. Ich will da nicht. Aber kann ich mich nicht rüber teleportieren? Nee, das geht nicht. Braucht man auch gar nicht zu versuchen, das wird nicht klappen. Aber wartet mal. Ich habe da einen anderen Weg gesehen. Den gehen wir jetzt mal. Wartet mal, da ist ein Walöltank, ne? Ich könnte den doch kaputt schießen rein theoretisch. Ich habe doch Pfeile. Ja, so kann man, so kann man das machen. Weg da, die Maschine braucht Platz. Weg da, die Maschine braucht Platz. Ich hasse diese Dinge. Warum grinsen die so? Die Maschine soll mal weg hier, die brauche ich nicht. Stehen bleiben. Die Wachen wollen mit Ihnen reden. Die Wachen können mal mit meiner Tesla-Spule reden, da unten. Verdächtige Aktivität untersuchen. Sofort Wachen zum Tresor. Wiederhole Wachen zum Tresor. Alarm. Dann kommt mal mit. Sicherheit zum Büro der Direktorin. Achtung. Sicherheit zum Büro der Direktorin. Wow, da hat ein Stein geworfen. Oh, ne Bratpfanne. Warte mal, was das war. Ja. Ja.